Warum muss sich Deutschland so reinhängen? Und ich glaube gerade, weil Deutschland alle Möglichkeiten hat, sind sehr viele Augen auf Deutschland gerichtet. Wenn wir es nicht hinbekommen, wir in Deutschland mit allen unseren finanziellen und technischen Möglichkeiten, mit auch der breiten gesellschaftlichen Bereitschaft, breiten gesellschaftlichen Bereitschaft, Klimaschutz jetzt umzusetzen, wenn wir es nicht hinbekommen, dann werden die anderen 98 Prozent ebenfalls sich nicht daran beteiligen. Wie korrupt ist Habeck eigentlich?